Hallo Noah. Hallo Emily. Sag mal Hallo. Noah, wo fahren wir denn heute hin? Oma und Opa. Oma und Opa. Emily, wir fahren heute zu Oma und Opa. Und wo gehen wir morgen zur Kirche? Opa-Kirche. Und wer hat Geburtstag in ein paar Tagen? Noah. Noah? Oh, oh, dein Bruder hat Geburtstag, Emily. Und was gibt es zu deinem Geburtstag? Pizza. Und was noch? Noch ganz. Mama will cook. Und kriegst du einen kleinen Kuchen? Nein, groß. Groß? Was soll denn da drauf auf dein Kuchen? Blueberries. Blueberries. Und Cream. Und Cream? Sahne? Ja. Das klingt lecker. Oma und Opa. Wir kommen heute und wir freuen uns schon ganz doll. Bis dahin. Tschüss. Sag mal Tschüss. Tschüss. Tschüss, Emily. Tschüss. Vielen Dank.